Dracula kehrt zurück Im Sommer dieses Jahres sind wir noch einmal nach Transsilvanien gereist und haben den Schauplatz von einst betreten, der für uns so voller liebhafter und schrecklicher Erinnerungen war und immer noch ist. Und doch mochten wir kaum glauben, dass sich die Dinge, die wir mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört hatten, wirklich und wahrhaftig zugetragen haben. Alle Spuren des damaligen Geschehens waren ausgelöscht. Das Schloss stand noch da wie zuvor, hochaufragend über wüster Einöde. Als wir wieder nach Hause gingen, sprachen wir über die Vergangenheit, auf die wir alle frei von Verzweiflung zurückschauen konnten, denn Godoming und Seward sind nun beide glücklich verheiratet. Ich holte die Papiere aus dem Tresor, in dem sie seit unserer Rückkehr vor so langer Zeit ruten. Wir waren selbst erstaunt, dass sich in der ganzen Fülle des Materials, aus dem sich der Bericht zusammensetzt, kaum ein urschriftliches Dokument befindet. Nur eine Vielzahl von maschinengeschriebenen Blättern. Mit Ausnahme der später entstandenen Notizen von Mina und Seward und mir selbst sowie von Helsings Aufzeichnungen. Wir können kaum, selbst wenn wir es wollten, von jemandem erwarten, dass er diese Papiere als Belege für eine derart abenteuerliche Geschichte gelten lässt. Van Helsing sprach es klar und deutlich aus, als er unseren Jungen auf den Knien schaukelte und dabei erklärte, Wir brauchen keine Belege. Wir erwarten von niemandem, dass er uns Glauben schenkt. Dieser Junge hier wird eines Tages wissen, was für eine tapfere und mutige Frau seine Mutter ist. Ihre Freundlichkeit und ihre liebevolle Fürsorge hat er bereits kennengelernt. Später wird er begreifen, warum manch ein Mann sie so liebte, dass er um ihretwillen viel gewagt hat. Jonathan Harker aus Dracula von Bram Stoker Anmerkung Einige Unterlagen im hierauf folgenden Bericht sind erst beträchtliche Zeit nach den in ihnen beschriebenen Ereignissen in unsere Hände gelangt. Dennoch habe ich sie in meine mit der Schreibmaschine erstellte Abschrift aufgenommen, und zwar in möglichst chronologischer Reihenfolge. So waren wir in der Lage, Stück für Stück zusammenzusetzen, was geschehen war, und, wenn auch leider zu spät, zu begreifen, wie sich sobald schon, nachdem ein Mann sein Postskriptum zu unseren grauenvollen Erlebnissen niedergeschrieben hatte, das Unheil sammeln und erneut über uns hereinbrechen konnte. Nina Harker Jonathan Harkers Tagebuch 22. Juni Van Helsing hat eine Reise nach Transsilvanien vorgeschlagen. Allein schon der Gedanke daran erschüttert mich derart, dass ich mich in mein Arbeitszimmer zurückgezogen habe, um sein Ansinnen gründlich zu überdenken, um zu sehen, ob mir eine Entscheidung in der Angelegenheit leichter fällt, wenn ich meine Überlegungen in mein Tagebuch niederschreibe. Seit unserer letzten Reise und seitdem wir das Ungeheuer, den Grafen Dracula, vernichtet haben, sind nun beinahe sieben Jahre vergangen. Da ist etwas Bedeutungsvolles, fast Magisches, um diese Zahl sieben. Es scheint ein äußerst belangreicher Jahrestag zu sein, der zufällig auch noch mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts zusammentrifft. Es ist wie das Überschreiten einer symbolischen Brücke, völlig jenseits jeglicher Vernunft und doch von solch ungemein zwingender Kraft, wie Van Helsing sagt. So jedenfalls erklärt er die Tatsache, dass wir seit einigen Monaten in Gedanken immer wieder bei den sieben Jahre zurückliegenden Ereignissen verweilen. Während ich in meinem Arbeitszimmer sitze und durch das Gewehr rosafarbener Kletterrosen hindurch, das unter dem Fenster hochrangt in den Garten schaue, muss ich einfach an unser beider Glück denken, das eingezogen ist, seit Mina und ich hier in Exeter leben. In dem Haus meines lieben, verstorbenen Freundes Mr. Hawkins, der mir nicht nur väterlicher Freund und Mentor, sondern auch ein gütiger Arbeitgeber war. Wir vermissen ihn noch immer und es scheint uns ganz und gar angemessen, dass wir sein Heim zu dem unseren gemacht haben. Das hatte er sich gewünscht. Mina und ich haben allen Grund, zufrieden zu sein. Einziger Anlass zu Betrübnis sind nur die häufigen Krankheiten unseres Jungen. Doch weshalb sucht mich Dracula seit kurzem in Erinnerungen und Albträumen heim? Mina glaubt, wie ich weiß, dass ich seit meinem Martyrium auf Schloss Dracula nie mehr ganz der Alte war. Ich habe mein Glück gefunden. Ich dachte, die Geister würden nun für immer schlummern. Doch in den vergangenen Monaten bin ich mehrfach schwitzend und zitternd aus drückenden Träumen aufgeschreckt. Träumen von beklemmender Dunkelheit, in denen mir staubbedeckte Spinnweben und boshafte scharlachrote Augen erschienen. Van Helsing sagt, es sei vollkommen natürlich, dass man schmerzliche Erinnerungen eine Zeit lang aus dem Bewusstsein verdrängt, um dann umso heftiger von ihrem plötzlichen Auftauchen überfallen zu werden. In mir lauert immer noch heimlich die entsetzliche Angst, dass das Ungeheuer nicht wirklich vernichtet ist, dass die Zeit unserer Erinnerung einen Streich gespielt hat. Die Lösung des guten Professors ist drastisch. Eine Reise zurück an den Schauplatz von einst wird einen doppelten Zweck erfüllen, erklärte er. Erstens werden wir uns davon überzeugen, dass das Böse in der Tat gänzlich vernichtet wurde, sodass wir unsere kranken Vorstellungen mit gesunder Realität austreiben können. Zweitens sollten wir einen christlichen Ritus an dem Platz vollziehen, um ihn zu segnen und so sicherzustellen, dass um des Landes Willen, um Draculas Willen und ebenso um unsere Willen der Schlupfwinkel des Ungeheuers gereinigt wird und seine elende Seele wahrhaft Frieden findet. Zu dem Zweck müssen alle, die von unserer kleinen Schar überlebt haben, dorthin reisen. Das heißt Mina und Jonathan, Lord Godderming, Dr. Suat und ich selbst. Ich gebe zu, ich will nicht reisen. Schon der Gedanke daran erfüllt mich mit Panik. Doch Mina ist derselben Meinung wie von Helsing, obgleich es bedeutet, dass sie für die Dauer mehrerer Wochen von Quincy getrennt sein wird. Wenn sie glaubt, das Ganze sei wichtig genug, um den Jungen allein zu lassen, kann ich dem nichts entgegensetzen. Nun denn, ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir müssen reisen. Ich muss meinen Ängsten gegenüber treten. Und dennoch habe ich schwerste Bedenken. Bei den bloßen Gedanken an Transylvanien umgeben mich düstere, schwere Wolken und mit dem kaltem Entsetzen versucht mein Herz aus meiner Brust zu fliehen. Schnell einen Schluck Brandy. Gott stehe mir bei, auf dass es mir gelingt, diese Ängste vor Mina zu verbergen. Bemerkung am Rande? Ich muss Joseph bitten, die Rosen vor dem Fenster wegzuschneiden. Sie sind schon längst verblüht, verdecken die Aussicht und ihre Dornen kratzen am Fenster entlang. Wenn man sie nicht beschneidet, dann werden sie, so meine ich, das ganze Haus ersticken.